Musik Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es um Ihr Hörvermögen. Was tun, wenn das Hören immer schlechter wird und wenn selbst gängige Hörgeräte nicht mehr helfen? Was ist zu halten von diesen sogenannten Cochlea-Implantaten? Das ist unser Thema heute. Bei mir zu Gast ist Dr. Oliver Niklaus. Er ist Leiter des Sanseatischen Cochlea-Implantatzentrums am Standort Asklepios Nord-Heidberg. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Niklaus. Sehr gerne. Sagen Sie uns, für welche Art Schwerhörigkeiten sind diese Implantate eigentlich gedacht? Die sind ja nicht für jede gedacht. Das ist richtig. Es geht um Schwerhörigkeiten, die mit anderen Hilfsmitteln, mit Hörgeräten konkret, nicht mehr versorgt werden können. Das heißt, in der Regel ist es so, dass jemand vielleicht schon über Jahre ein Hörgerät getragen hat und zunehmend Schwierigkeiten bekommt, damit im Alltag zurechtzukommen und dann sich fragt, gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten? Dann versucht man diese Anpassung, diese Hörgeräteversorgung zu optimieren. Aber wenn das nicht gelingt, ist möglicherweise ein Cochlea-Implantat die Alternative. Was genau funktioniert da am Ohr nicht mehr bei der Schwerhörigkeit, für die diese Implantate gut sind? Es geht konkret um eine Innenohrschwerhörigkeit. Deswegen auch Cochlea-Implantat, das Innenohr, die sogenannte Hörschnecke oder Cochlea, das ist der Ort, an dem das Cochlea-Implantat die Funktion übernehmen kann. Das heißt, das ist eine sogenannte Innenohrprothese auch, so wird es bezeichnet, weil es diesen gesamten Innenohrapparat unter Umgehung des Mittelohrs und des Gehörgangs tatsächlich ersetzen kann. Das heißt, es handelt sich um Innenohrschwerhörigkeiten, die also mit dem Mittelohr, mit chronischen Entzündungen meist nichts zu tun haben. Muss man da schon komplett taub sein oder geht das auf einem Ohr oder für beide Ohren? Oder was ist die Voraussetzung? Grundsätzlich kommen auch Patienten in Frage, die nur auf einem Ohr mit Hörgeräten nicht mehr zurechtkommen. Und das ist genau der Punkt. Es geht nicht um eine vollständige Ertaubung. Es ist sogar so, dass wir heute Patienten versorgen können, die in den ganz tiefen Frequenzen, im Tieftonbereich noch recht gut hören können. Aber bereits in den mittleren Frequenzen, die für das Sprachverstehen extrem wichtig sind, wenn dort eine Verschlechterung eintritt, dann kann man eine Kombination sogar machen aus Hörgerät und Cochlea-Implantat. Das heißt, es geht wirklich darum, wie ist das Sprachverstehen ohne Hörgerät oder mit einem optimalen Hörgerät. Und wenn dieses Sprachverstehen unter eine gewisse Schwelle fällt, dann ist das Cochlea-Implantat die bessere Lösung. Und muss man schon mal gehört haben? Man sollte mit dem Ohr schon mal etwas gehört haben. Sie haben gleich gemerkt, die Einschränkung sollte. Also es ist so, dass wir für eine Funktion des Hörens auf einem betroffenen Ohr eine Hörbahn brauchen. Wir brauchen einen funktionierenden Weg vom Ohr zum Gehirn. Und der wird durch Hören stimuliert. Das heißt, wenn ein Kind zur Welt kommt und etwas hören kann, dann wird über das Hören diese Hörbahn stimuliert und der Weg vom Innenohr zum Gehirn ausgebildet. Und das muss stattgefunden haben, diese sogenannte Hörbahnreifung, die ist notwendig. Zu welchem Zeitpunkt die dann stattgefunden hat, also Patienten, die vielleicht im späteren Lebensalter einen Hörsturz haben, da ist ganz klar, vorher hat die Hörbahnreifung stattgefunden. Bei Kindern, die vielleicht schon im früheren Lebensalter einen Hörverlust erleiden, da ist es manchmal nicht ganz so eindeutig. Es kann mal eine Hirnhautentzündung sein, die zu so einen plötzlichen Hörverlust führt. Aber ja, die Voraussetzung ist, man braucht diese Hörbahn, damit das Signal vom Cochlea-Implantat auch ans Gehirn übertragen werden kann. Okay, jetzt klingt das ja zu schön, um wahr zu sein, alle Probleme zu lösen mit einem Implantat. Wenn ich jetzt zu Ihnen käme so aus dem Stand und würde sagen, machen Sie das für mich, dann würden Sie wahrscheinlich erst mal sagen, haben Sie schon was ausprobiert, Frau Kahler, was anderes. Was würden Sie mir da sagen? Genau, also Voraussetzung ist wirklich, dass man nicht nur einmal ein Hörgerät getragen hat und festgestellt, das gefällt mir nicht, sondern dieser Hörgeräteoptimierungsprozess, wenn noch ein Restgehör da ist, für den sollte man sich eine gewisse Zeit lassen. Meist einige Monate, in denen verschiedene Geräte getestet werden, der Akustiker immer wieder nachstellt, um das zu optimieren. Und wenn das dann nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis führt, erst dann ist der nächste Schritt, sich bei uns untersuchen und beraten zu lassen. Dann spielen wir mal so eine Beratung durch. Also meine Frage wäre an Sie erstmal, was merke ich nachher von dem Gerät, wenn ich es an mir dran oder in mir drin habe? Da gibt es zwei Komponenten. Zur Funktion ist es so, dass wir ja einen Teil implantieren. Das bedeutet, in einer Operation wird ein Empfänger unter die Haut implantiert und von dort ausgehend ein Elektrodenkabel ins Innenohr vorgeführt. Und von diesem Teil merken Sie eigentlich erstmal nichts. Abgesehen von den direkten Folgen der Operation, wenn das einmal verheilt ist und abgeheilt ist, dann werden Sie von diesem Implantat an sich nichts spüren. Und dann gibt es eine äußere Komponente, die sowohl die Batterie, also die Energieversorgung enthält, heutzutage meist einen Akku, wo die Vorverarbeitung des Signals stattfindet, das Mikrofon, das tatsächlich die Geräusche, den Schall aufnimmt und eine kleine Antenne, die das dann zum Implantat überträgt. Und nur wenn dieser äußere Teil getragen wird, findet überhaupt eine Funktion am Cochlea-Implantat statt. Und das ist jetzt ein Gewöhnungsprozess. Unser Gehirn ist zwar gewohnt, vom Ohr elektrische Signale zu bekommen, also auch ein normales Ohr würde so funktionieren, dass die Schallwellen umgewandelt werden in Signale, die dann über den Hörnerv ans Gehirn kommen. Aber diese neuen Signale vom Cochlea-Implantat, die muss das Gehirn erst interpretieren lernen. Und dieser Prozess, den wir auch als Hörtraining bezeichnen oder Hörrehabilitation, der nimmt einige Wochen in Anspruch, bis die ersten Informationen ankommen und bis die Funktion so gut ist, dass man zum Beispiel auch telefonieren kann, rechnen wir um und bei ein Jahr nach der Implantation, bis die Funktion so gut ist, dass tatsächlich auch das Telefonieren gelingt mit so einem Cochlea-Implantat. Das ist aufregend. Das ist aufregend. Das ist auch immer wieder aufregend. Insofern, dass wir bei der Erstanpassung nach drei Wochen nach der Operation häufig schon einen Aha-Effekt haben. Und der ist sehr aufregend, wenn Patienten, die über viele Monate nichts mehr gehört haben, plötzlich wieder hören mit dem Ohr. Ja, ja, genau. Ich sagte auch aufregend, weil ich mir vorstellen kann, Sie hatten ja eben gerade beschrieben, also es gibt ein Implantat, was wirklich im Ohr drin sitzt, eine Elektrode. Es gibt etwas, was draußen drauf sitzt, was am Mikrofon ist. Was man draufsetzt, kann man auch abnehmen. Und ist es so, dass Ihre Patienten am Anfang sagen, ach du lieber Gott, all die Eindrücke jetzt. Oder ist das so etwas, wo man schnell hineinwächst? Also was kommt da auf mich emotional auch zu? Das ist ganz unterschiedlich. Zum einen gibt es Patienten, die den Verlust des Hörens zum Beispiel nach einem akuten Hörsturz als so dramatisch wahrnehmen und traumatisch, dass sie nach einer erfolgreichen Implantation das Gerät häufig gar nicht abnehmen wollen. Also es gibt durchaus Patienten, die man bremsen muss am Anfang, weil sie zu schnell, zu viel wollen, den ganzen Tag trainieren und sich manchmal auch etwas überfordern am Anfang. Aber ich kenne auch einige CI-Träger, vor allem die schon vorher lange Jahre sehr schlecht gehört haben oder vielleicht gar nichts gehört haben, die das als sehr angenehm wahrnehmen, ihr CI abzunehmen und Ruhe zu haben. Das heißt, es gibt beide Extreme. Aber dieses Gefühl, ich kann jederzeit das Gerät abnehmen und kann mich dann erholen sozusagen von diesen Höreindrücken, das würde ich sagen, überwiegt schon. Dass das durchaus als positiv wahrgenommen wird, dass man es jederzeit beenden kann, wenn man das möchte. Genau. Also Sie hatten ja schon angesprochen, es gibt ein Training nach der Operation. Lassen Sie uns also erstmal über die Operation sprechen. Also wir haben uns jetzt entschieden, ich bin die richtige Patientin für Sie, ich soll dieses Implantat haben und ich weiß, ich erscheine dann also bei Ihnen im Krankenhaus. Und dann? Also wie geht das mit der OP? Bevor jemand zur Operation kommt, wie Sie gerade schon sagten, werden natürlich die ganzen Untersuchungen durchgeführt. Dann findet ein Aufklärungsgespräch statt. Und wenn die Patienten dann zu uns kommen am Operationsmorgen, dann erfolgt die Vorbereitung. Und der eigentliche Eingriff dauert 60 bis maximal 90 Minuten heutzutage. Es ist also eigentlich eher eine kurze Operation und dadurch auch bis ins hohe Lebensalter durchführbar. Wir haben auch Patienten, die über 90 sind und diese Operationen über sich haben ergehen lassen und das gut toleriert haben. Während der Operation wird schon geprüft, ob das Implantat korrekt funktioniert. Wir führen eine erste Messung durch, um herauszufinden, wie viel Energie der Patient braucht. Das heißt, wie laut sozusagen das Implantat eingestellt werden muss, damit ein Höreindruck produziert werden kann. Und danach wachen die Patienten auf, haben einen Kopfdruckverband, der erstmal sicherstellt, dass nach der Operation kein Bluterguss entsteht, keine Schwellungen auftreten. Und nach zwei bis drei Tagen, wenn die direkten Operationsfolgen soweit abgeklungen sind, dann gibt es einen Probeton. Das heißt, der erste Höreindruck mit dem Implantat, der soll schon möglichst zeitnah nach der Operation beginnen, auch um für sich selber sagen zu können, ja, es funktioniert. Ich kann mich darauf freuen, dass ich mit dem Implantat etwas hören werde. Denn dann kommt eine Phase von zwei bis drei Wochen, wo zunächst die Wunde abheilen soll, die Operationsfolgen abklingen und dann kommt die Erstanpassung. Bedeutet, dass dann das äußere Gerät, der sogenannte Sprachprozessor, auf die Bedürfnisse des Patienten programmiert wird. Und dann tatsächlich auch erste Sprache, erste mehrsilbige Wörter verstanden werden können. Und dann beginnt dieser Trainingsprozess mit Hörübungen, die wir sowohl als Audiotraining als auch mit geschriebenen Trainingsanweisungen für den Alltag für den Patienten individuell zurechtfügen. Und dann auch unterstützt durch Logopädinnen bei uns in der Klinik ein ambulantes Hörtraining beginnt, was dann in Folge der Erstanpassung sich über die nächsten Monate hinzieht. Ja, da braucht man Geduld, habe ich den Eindruck. Man darf auch vom ersten Hören nicht enttäuscht sein, oder? Das ist ganz wichtig, denn das Cochlea-Implantat hat eine Besonderheit. Es funktioniert besonders gut in den hohen Frequenzen. Das liegt daran, dass das Elektrodenkabel, wenn es in die Schnecke eingeführt wird, in einem Bereich liegt, direkt am Eingang der Schnecke, wo die hohen Frequenzen kodiert werden. Und das ist genau im Gegenteil zu dem, was Hörgeräte können. Hörgeräte sind eher im Tief- und Mitteltonbereich sehr leistungsfähig, sodass viele Patienten den ersten Höreindruck mit dem Cochlea-Implantat als Mickey-Maus-Stimme oder als Roboter-Stimme beschreiben. Dieser Höreindruck lässt aber fast immer innerhalb der ersten Wochen und Monate danach. Man gewöhnt sich daran und wenn man erfahrene CI-Träger danach fragt, dann sagen sie, das hört sich normal an. Das ist auch in der Beratung vor der Implantation schwierig, weil man schlecht beschreiben kann, wie ist der Höreindruck, weil eben die CI-Träger, die das schon jahrelang haben, sagen, das ist normal. Eine Frage, die mir dazu einfällt, weil sich ja doch völlig neue Welten öffnen für den Patienten ist, übernimmt das eigentlich meine Krankenkasse? Wenn die Indikation stimmt, das heißt, wenn wir nach allen Untersuchungen feststellen, das ist die bestmögliche Therapie für Sie, dann übernimmt auch die Krankenkasse die Kosten für das System. Eins fällt mir noch so ein, nur kurz, so das Thema Kinder. Sie haben es ja vorhin schon angesprochen. Es kommt auch für Kinder in Frage. Das ist ein besonderes Thema. Besprechen wir das ausführlich? Ob ich auch für meine kleine Tochter bei Ihnen …? Also grundsätzlich kann man sagen, ja, wir versorgen auch Säuglinge und Kinder mit einem Cochlea-Implantat. Das ist tatsächlich ein weites Feld, was sich unterscheidet gegenüber der Versorgung von Erwachsenen, ist vor allem die Hörrehabilitation. Also wie kann ich bei einem Säugling, der mit einem CI versorgt ist, dann das Hörtraining gestalten, dass es optimal damit hören kann. Das wäre tatsächlich Thema für ein weiteres Interview. Ja. Aber grundsätzlich, ja, versorgen wir auch Kinder im Prinzip schon ab dem sechsten Lebensmonat mit Cochlea-Implantaten. Wenn also feststeht nach dem Screening, nach dem neugeborenen Hörscreening, dass das Kind tatsächlich nichts hört auf einem Ohr und das nochmal kontrolliert wurde nach einigen Monaten und sich bestätigt, dann versucht man innerhalb von den ersten zwei Lebensjahren, so zwischen dem sechsten Lebensmonat und dem zweiten Lebensjahr schon die Versorgung durchzuführen. Denn dann ist eine völlig normale Hörentwicklung auch bei taubgeborenen Kindern möglich. Dann habe ich noch eine Frage, die bezieht sich auf das Zentrum, das hanseatische Cochlea-Implantat-Zentrum. Was habe ich davon? Welchen Vorteil? Genau. Diese Zentrumsbildung ist ja bei vielen Krankheitsbildern erfolgt jetzt in Deutschland. Besonders beim Cochlea-Implantat profitiert der Patient davon, dass erstens am Zentrum sichergestellt ist, dass immer ein Arzt da ist, der sich mit dieser Thematik auskennt. Also nicht nur ein Chirurg, der diese Behandlung macht und der vielleicht mal ein paar Wochen im Urlaub ist, sondern es ist immer ein Arzt da, der sich damit auskennt. Zusätzlich haben wir ein Team von Audiologen, die sehr wichtig sind für das Implantat. Ich sagte schon, die OP dauert eigentlich nur 60 bis 90 Minuten. Das, was beim CI wichtig ist, ist das, was danach kommt. Das heißt, die optimale Anpassung des Sprachprozessors auf die Bedürfnisse und das ständige Anpassen des Systems, das ist im ersten Jahr alle paar Monate. Aber lebenslang einmal im Jahr ist so eine Anpassung erforderlich. Deswegen arbeiten wir uns zwei Audiologen und eine Audiologin, die sich darum kümmern und ein Team von Logopädien, die die Audiotherapie mit den Patienten machen und auch bei den Folgeterminen einmal jährlich immer mit den Patienten arbeiten, um zu sehen, gibt es vielleicht Bedarf, nochmal wieder intensiver Hörtraining zu betreiben oder ist alles völlig in Ordnung. Und das ist der Vorteil des Zentrums, dass eben dort ein Team ist von Kolleginnen und Kollegen, die sich intensiv mit der Thematik befassen und Ansprechpartner sind für die Patienten. Schönen Dank für das Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!